Knabenzeit Sri Chaitanya Bhagavata Adhikanda 5 Mat Ausgabe 1.6 Er lernt schnell lesen, besonders gern und viele Male schreibt er die Namen Gottes. Rama, Krishna, Murari, Mukunda, Vanamali und so weiter. Er versucht mit seinen Händen nach Vögeln im Himmel und nach dem Mond zu greifen. Nur der Gottesname beruhigt ihn. Eines Tages kann nichts auch der Name Gottes ihn nicht beruhigen. Er verlangt nach dem Opferessen, dass Hiranya und Chagadisha Pandit am elften Monatstage bereiteten, während sie selbst fasteten. Fußnote 344 Am elften Tag nach jedem Vollmond und Neumond, Ekadashi, fasten die Bhaktas. Doch Nimal, der Bhagavan selbst ist, verlangt nach dem, was ihm allein zusteht, nach der von den Bhaktas bereiteten Opferspeise. Und sie geben es ihm freudig. Er spielt mit Kameraden, lernt, badet im Ganges, er stört mit Wasserspritzen andere beim Baden, isst die Opfergaben, welche die Badenden bis zu ihrer Rückkunft am Ufer lassen, stiehlt die Kleider der Mädchen. Alle beklagen sich bei den Eltern. Satschi verspricht, ihn zu binden, wenn er heimkehrt. Als Chagannath ärgerlich ans Ufer kommt, schicken sie Nimai schnell auf anderen Wegen nach Hause. Alle lügen um seine Twillen. Sind sie ihm in ihren Herzen doch keineswegs böse. Von Geburt zu Geburt sind sie ja alle Krishnas ewiger Bhaktas. Nimai kommt nach Hause mit Tinte beschmiert. Die Eltern sind voll Freude, dass er doch ein guter Knabe ist und die Leute nur im Spaß über ihn Böses berichten. Er bekommt die Erlaubnis, zur Ganga baden gehen zu dürfen und wird mit großem Jubel von seinen, in Anführungszeichen, Widersachern empfangen. Doch waren seine Eltern im Zweifel und es schien ihnen, dass er kein Mensch sei, sondern Krishna, der aus Maya, in Klammer Yoga Maya, in unserem Hause wie ein kleines Kind spielt. Doch in Liebe vergessen sie, sobald sie ihn sehen, diese Gedanken und erleben ihn wieder bloß als ihr Kind. Fußnote 345 Es ist wie in der Lila Krishnas in Vraj. Das Erleben von Bhagavans göttlicher Schönheit und Lieblichkeit verdeckt das Erleben seiner göttlichen Größe und Allmacht. Die vertrauliche elterliche Liebe, Vatsalya Prema, steigert sich durch zeitweiliges Aufleuchten seiner Gottesmajestät. Sri Chaitanya Bhagavata Adhikanda 6 Nimae ist recht unartig zu Hause, fürchtet die Eltern nicht. Nur vor Vishwarupa ist er recht bescheiden. Die Leute singen schmutzige Lieder und spotten, Asketen und Heilige. Sie alle müssen genauso elend sterben wie wir. Gutes Geschenk ist es, das Leben zu genießen, Pferde zu haben, immer da zehn bis zwanzig Leute als Gesellschaft. Ihr ruft und schreit, Hari, Hari. Der Lärm führt nur dazu, dass Gott ärgerlich wird. Vishwarupa ist traurig im Herzen und sinnt nach. Ich mag das Gesicht der Leute nicht mehr sehen. Ich will in den Wald gehen, die Welt verlassen. Am Morgen geht er zum Gangesbad und dann zur Bagda-Versammlung Advaitas und erklärt. Die Essenz aller Shastras ist Krishnabhakti. Advaita brüllt wie ein Löwe in Freude. Er steht von seiner Kulturverrichtung auf, nimmt Vishwarupa in seine Arme und die Vaishnavas rufen. Sagt Hari, Sagt Hari, Hari-Bol! Voller Freude vergessen sie alle jeden Kummer. Niemand ging nach Hause, auch Vishwarupa nicht. Sajidevi schickt Nimae, dass er Vishwarupa zum Essen rufe, und Nimae ist gar froh, dass er unter einem Vorwand in Advaitas Versammlung gehen darf. Und er nimmt dort wahr, wie die Vaishnavas aneinander von Krishna erzählen. Und als Gaura Sundara vernimmt, dass von ihm die Rede ist, schenkt er allen den Blick seiner Gnade. Die Bagdas sehen ihn die unvergleichliche göttliche Lieblichkeit jedes einzelnen Glieds seines Leibes. Er ist nackt, ein Kneblein, den Leib vom Staub bedeckt, vom Spiel, und lächelnd sagt er zu seinem fragenden Bruder, Komm zum Essen! Die Mutter ruft dich, Bruder! Er zieht Vishwarupa am Gewande mit sich fort. Die Bagdas sehen die bezaubernde Gestalt, und wie versteinert stehen sie und schauen ihn an. Die Bagdas sind wie in aller tiefster Yoga-Versenkung, Samadhi. Auf keiner Lippe war mehr das Gespräch von Krishna. Aussetzen der Sinnesfunktionen, Moha, erfolgt ganz von selbst. Wenn der Bagda Gott sieht, und auch ohne, dass sie wissen, wer er ist, stiehlt er das Herz seiner Diener. Alle in Navadvipa sahen ihn, doch erlebten ihn nur die Bagdas. Bravo stiehlt das Herz seiner Bagdas, und also spielt er, der Herr von Vaikuntha in Navadvip. Reihenfolge der Begebenheiten 1. Chaitanya freut sich unter dem Vorwand, in die Versammlung der Bagdas geschickt zu werden. Er ist noch ein kleines Kind, ohne volle Kleidung, und doch ist er ganz Bhagavan. In der Lila Gottes auf Erden ist also Älterwerden kein Heranwachsen in Stufen, sondern er macht im Spiel verschiedene Altersstufen-Manifests und versenkt sich ganz in dieses Spiel. Doch vergisst er seine Aufgabe als Bhagavan nie. Das selbe gilt für Krishna in Vraj. 2. Die Bagdas sprechen von ihm als Krishna, und das ruft hervor, dass er ihnen seinen Gnadenblick schenkt. Bhakti Erkenntnis zieht seine Gnade an. 3. Nun haben sie einen wirklichen Eindruck seiner göttlichen Schönheit. Zuerst blickt er sie an, dann erschauen sie sein Wesen, und das verursacht, dass ihre Sinnes Funktionen aussetzen. 4. Er stiehlt ihr Herz, auch ohne, dass sie sich wirklich klar darüber sind, dass er der Herr Bhagavan ist. 5. Die Gopis und die Bhaktas von Navadvip erleben ihn nicht als Bhagavan, als Herrn, sondern als Kind. Doch die Bhakti zu ihm ist ihnen eigenständig. 6. Wer keine Bhakti hat, sieht ihn nur äußerlich. Gott Abgewandtheit isoliert von ihm und lässt sein Wesen nicht erleben. Advaita dachte nach. Dieser Knabe kann kein gewöhnliches Menschenkind sein. Er sagte zu den Vaischnavas, ich kann nicht recht erkennen, was für eine Bewandtnis es mit diesem Knaben hat. Alle Bhaktas priesen die Lieblichkeit der wundersamen Gestalt. Vishwarupa war kaum fortgegangen, als er wieder zurück zu Advaitas Haus kam. Die Welt sagte ihm nicht mehr zu und ihm gefiel nur noch das ununterbrochene Kirtan Krishnas, das an sich Ananda ist. Selbst in seinem Elternhaus befasste er sich mit nichts anderem und hielt sich fast immer in dem Raume auf, in dem sich der Haus-Schrein mit der Bildgestalt Gottes befindet. Als er hört, dass seine Heirat bevorsteht, fühlt er es wie Stiche im Herzen und er beschließt, Sanyas zu nehmen und in die Waldeinsamkeit zu gehen. Und nach einigen Tagen nahm er Sanyas und auf dem Wege zum Unendlichen schritt er hinaus unter dem Mönchsnamen Shri Shankaranya. Die Eltern und Advaita und die Bhaktas waren voll Gram. Verwandte versuchten Jagannath zu trösten, doch Jagannath ist besorgt. Nimai möchte am Ende den gleichen Weg wie sein älterer Bruder gehen. Schließlich tröstete er sich in dem Gedanken, dass Krishna ihn gab. Krishna ihn wegnahm und sein Wille geschehen müsse. Und er unterwirft sich und alles dem Willen Krishnas. Advaita sagt, wir alle werden ganz sicher höchsten aneinander erhalten. Da ist eine große Freude tief in meinem Herzen, die mir sagt, Krishna wird sichtbar werden. Singt alle in Freude, Krishna, Krishna, und in den Tagen werdet ihr Krishna sehen. Und Krishna wird seine Spiele wie Lhasa mit euch allen haben und dieser Advaita wird ein lauterer Diener Krishnas werden. Und was Shukka und Pralat, große Bhaktas aus dem Bhagavatam, nicht erhielten, solche Gnade wird er euch seinen Dienern geben. Die Bhaktas singen Hari in Freude und Erwartung. Gaurasundara spielt mit Knaben, hört die Hari-Stimme, die Rufe, die von Gott künden und geht in das Haus hinein. Die Bhaktas fragen ihn, warum bist du gekommen? Und Bravo antwortet, warum habt ihr mich gerufen? Und spielend geht er mit dem Knaben fort und niemand verstand die Maya Prabhus. Nachdem Vishwarupa fortgegangen war, wurde Prabhu etwas gesetzter. Er bleibt mehr als zuvor im Elternhaus, spielt weniger, studiert. Was er nur einmal liest, beherrscht er sogleich. Alle sind verwundert und preisen ihn bei seinen Eltern. Seine Mutter freut sich, doch Jagannath ist in Sorgen, dass er sie eines Tages verlassen würde. Denn wenn er alle Shastras lesen wird, so wird er erkennen, dass nicht ein Stäubchen Wahrheit in dieser Wandelwelt ist und wird uns verlassen. Und Jagannath meint, es sei besser, wenn er dumm bleibe und das Studium aufgebe. Die Mutter aber sorgt sich, wer wohl einem blöden Knaben die Tochter zur Heirat geben würde. Doch er kennt Jagannath den Einwand nicht an und weist darauf hin, dass doch Krishna hinter allem stehe. Ob Pandits oder Blödling, darauf komme es nicht an. Denn Krishna hat es jedem auf die Stirn geschrieben, wen er zur Frau bekomme. Er selbst habe genug studiert und trotzdem sei er arm und hunderte von Gelehrten stehen an der Tür der Reichen, die nicht imstande sind, ein Wort Recht auszusprechen. Es ist nicht Wissen, das Reichtum bringt, sondern lediglich Krishnas Wunsch. Doch ist es besser, seine Studien zu verhindern und ihm wird das Studium verboten. Nach außen hin gehorcht er, doch im Herzen ist er traurig und er fängt mit seinen Kameraden mutwillige Streiche an. Er sitzt im Löwensitz auf weggeworfenen Tontöpfen, die unheilig sind. Fußnote 346 Löwensitz Sinhasana Eine der Körperstellungen beim Hatha-Yoga In mehreren seiner Seinsweisen wird Bhagavan in diesem Löwensitz abgebildet. Wenn die Opferspeise in einem irdenen Topf Gott dargeboten worden war, soll dieser Topf nicht weiter verwendet werden. Er wird weggeworfen und gilt als unheilig. Er sitzt im Löwensitz auf weggeworfenen Tontöpfen, die unheilig sind. Von der Mutter ermahnt, erklärt Prabhu, die Begriffe von Lauterkeit und Unlauterkeit seien nur Unsinn. Und er bittet die Mutter nachzudenken, was des Schöpfers schuld sei, aus dem alles stammt. Er mag den Sitz auf den Töpfen nicht verlassen. Nachbarn kommen und nehmen seine Partei. Er solle studieren. Im Bewusstsein des Avatar hatte er sein Wesen erklärt. Doch unter dem Einfluss von Vishnus Maya in Klammer Yoga Maya verstand ihn niemand. Fußnote 347 Wo Gott sich selbst sichtbar macht, entschwindet alle Maya der Welt. Auch alle Gebote über relative Reinheit und Unreinheit im Bereich dieser Maya verlieren ihre Bedeutung. Murari 11 bis 12 Als er wieder auf schmutzigen Töpfen saß, einem Ort, der unrein ist, kam die Mutter. Er lächelt. 13 Sie sagt, das ist ein schmutziger Platz, Bade, dann komm auf meinen Schoß. 14 Erfüllt vom Bewusstsein des Avatara Datadreya sagt er, der Höchstallwissende, der das Wesen aller Dinge weiß, rein und unrein, ist nur zusammengereimt. Hari, der eine, der mit aller Gottesmacht ausgestattete, der Unvergleichliche ist hier. Nimm nichts anderes wahr. 15 bis 16 Ich bin daher wahrlich immer lauter und niemals unlauter. Wisse es und sei nicht besorgt. 17 Die Mutter fasst ihn bei der Hand und schnell badet sie ihn mit klarem Gangeswasser. 18 Srijedhanya Bhagavata Adhikanda 6 Wie sollte er wissen, was auf Erden rein und unrein ist, wenn er nicht studieren dürfe? klagt er. Auf die Vermittlung der Mutter und der Verwandten hin darf er wieder lesen. Srijedhanya Bhagavata Adhikanda 7 Mat Ausgabe 1.8 Jagannath hat einen schrecklichen Traum. Er schreckt auf und betet. O Govinda, heilte meinen Nima im Hause, gewähre mir als Gabe, dass er im Hause bleibe. Dann erzählt er der Saji, dass er im Traume Nimae als Sanyasi sah, der mit Advaita und anderen Kirtan tat, auf dem Schreine Vishnu saß und seine Füße auf das Haupt der Bhaktas setzte, dass alle ihn priesen und dass eine riesige Schar von singenden und tanzenden Bhaktas ihn schließlich begleitete und er nach Nilajala Puri ging. Doch die Mutter beruhigte ihn. Da er Jaganns in seinen Studien aufgehe, bestehe gar kein Grund zu furcht. Murari Gupta 1.8.11 bis 19 Nimae studiert bei Gangadas die Veden und so weiter. Plötzlich wird Jagannath krank. Nimae weint. Jagannath sagt, ich habe dich den Lotussen der Füße Ragonats übermacht. 11 bis 18 Jagannath verlässt den Leib und geht in einem Himmelswagen in Haris Reich. Obgleich sein Leib ewig vollkommen ist, das heißt, der Wirklichkeit Gottes zugehört, so legt der Großherzige doch seinen Leib ab, zum Heil der Welt, dass die Welt daraus lernen könne. 19 Fußnote 349 Das Raum und Zeit enthobene muss Raum zeitlich klar gemacht werden, da es sonst gar nicht begriffen werden könnte. Wasser 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 Untertitelung des ZDF, 2020